In der heutigen Lektion lernt ihr, wie man Ski trägt. Der erste Tipp ist, nehmt ein Bändchen. Es geht auch viel einfacher, wenn die Ski zusammenhalten. Wir Profis tragen Ski meistens auf dem Rücken. Man kann sie so schön halten. Am besten die Bindung hinter den Schultern. Ich habe hier Platz für die Stöcke. Das Einzige, was ihr aufpassen müsst, ist, wenn ihr herumfuchtelt. Nicht, dass ihr nur jemanden an den Kopf schlägt. Richtig dreht. Oder wenn ich es noch machen kann, ist es so. Weil, dann kann ich es einfach hochklappen und bin wieder bereit. Ein Tipp, den ich von Hobby-Ski-Fahrer schon bekommen habe, ist, dass man die Stöcke hinten und vorne einfahrt, damit man nachher ganz clever wie eine Tasche tragen kann. Ich glaube aber, dass ich mir den einen oder anderen Spruch meiner Teamkolleginnen anhören müsste. Auf jeden Fall würde es mich interessieren, ob ihr noch einen coolen Tipp habt. Weil ich muss sehr viel Ski tragen und vielleicht geht es ja noch einfacher. Bis zum nächsten Mal.